Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer ist nicht Schlampe? Sie heisst Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Nee, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Du bist ein bisschen wie mir. Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Echt? Hat ihr vorhin Telefon... War sie das gerade eben? Wie lange weißt du schon von uns? Von wem? Von Charlotte und mir. Ach, so heißt deine Tussi. Charlotte. 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 Charlotte Dübal. Ich weiß nicht. Grüne Augen. Ja. Spielt Kabarett. Du wohnt im Kreuzberg, in der Bergmannstraße. Und hat dein Tattoo genau hier. Ich spiel kein Spiel. Das ist meine Charlotte. Du riechst nach ihr. Das hätte ich gleich kapieren müssen. Damit sie uns besser beobachten können. Ich, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice geschwafelt. Das ist Hollywood-Gefatsche. Das ist ein Quatsch. Scheiß Hammers. Oh, wait, Quatsch is finished. I need a bigger one. Of course. Of course. Okay, guys, you hold the certificate in your hand, and you put the hat on. Oh, wait, Quatsch.